Um vom Great Place to Work zertifiziert werden zu können, ist es erforderlich, eine Trustinix-Mitarbeiterbefragung durchzuführen und einen Culture Brief einzureichen. Bei der Mitarbeiterbefragung muss dabei ein Mindestmaß an positiver Zustimmung erreicht werden. Der Trustinix ist ein Fragebogen, der einem hilft, ihre Arbeitsplatzkultur sichtbar zu machen und weiterzuentwickeln. Er misst den Grad an Vertrauen, Stolz und Teamgeist in ihrem Unternehmen. Der Fragebogen besteht aus 65 geschlossenen und drei offenen Fragen. Bei den geschlossenen Fragen werden Themen wie beispielsweise Kommunikation, respektvoller Umgang, Stolz auf das eigene Unternehmen und die Tätigkeit sowie die Zusammenarbeit im Team abgeholt. Der Fragebogen ist international erprobt und standardisiert, wodurch sie eine Vielzahl an Benchmarkmöglichkeiten haben. Sie können sich beispielsweise national sowie international mit anderen Unternehmen vergleichen. Selbstverständlich ist es aber auch möglich, eigene Fragen oder Themen hinzuzufügen, um spezifischer auf ihre jeweilige Situation einzugehen. Die Beantwortung des Fragebogens dauert ca. 10-15 Minuten, abhängig natürlich auch davon, wie lange man sich Zeit nimmt, die offenen Fragen zu beantworten. Die Mitarbeiterbefragung wird mittels unserer Befragungsplattform im Pricing durchgeführt. Im Pricing erlaubt es ihnen die Befragung selbstständig zu planen und durchzuführen. Außerdem stehen ihnen die Ergebnisse sofort nach Abschluss der Befragung zur Verfügung. Die Mitarbeitenden können an der Befragung über einen Computer, ein Tablet oder ein Smartphone teilnehmen. Im Pricing ist intuitiv, individuell anpassbar und spricht mehrere Sprachen. Außerdem bietet es ihnen die Möglichkeit, ihre Ergebnisse auf unterschiedliche Art und Weise zu analysieren. Die Befragung hilft ihnen dabei, eine Arbeitsplatzkultur zu schaffen, in der alle an einem Strang ziehen, gerne zur Arbeit gehen und gemeinsam für das Unternehmen ihr Bestes geben können. Da ist es dann auch keine große Überraschung, dass diese Unternehmen nachweislich innovativer und erfolgreicher sind. Wenn ihre Mitarbeitenden ihnen bestätigen, dass sie ein Gripples2Works sind, dann haben sie durch die Zertifizierung auch die Möglichkeit, ihre Arbeitsplatzkultur nach außen sichtbar zu machen und so die besten Talente für ihr Unternehmen zu gewinnen. Der beste Zeitpunkt für die Befragung ist jetzt. Wer nicht losgeht, kann auch nicht ans Ziel kommen. Und gerade in Zeiten mit vielen Herausforderungen benötigen sie das Feedback ihrer Mitarbeitenden, um rasch und flexibel agieren zu können. Die zweite Voraussetzung ist der Culture Brief. Dieser Online-Fragebogen wird lediglich von einer Person in ihrem Unternehmen ausgefüllt. Inhaltlich geht es hauptsächlich um Zahlen und Fakten, damit wir uns einen allgemeinen Überblick über Unternehmen verschaffen können. Sie wollen sich auch dem Wettbewerb Österreichs beste Arbeitgeber stellen? Dann reichen sie zusätzlich ein CULTCH Audit ein. Hier geht es darum, welche Maßnahmen sie in ihrem Unternehmen für ihre Mitarbeitenden anbieten.